Die Risiken der Behandlung sind Entzündung, Infektion. Da bekommen Sie während und nach der Operation antibiotische und kortisonhaltige Tröpfchen. Falls Sie merken, dass während der Wundheilung bis zum Epithelschluss, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kontaktlinse entfernen, dass das Auge rot ist oder das für Sie etwas ungewöhnlich erscheint, bitte sofort kontaktieren Sie uns. Es ist sehr wichtig, dass man rechtzeitig da agiert.